ja und damit herzlich willkommen zurück bei let's play trust and betray mit dem guru bei mir mit dem horch hier hallöchen das wieder geht weiter wie wieder das ist ja mein schlimmes extremen eimer das morgen wieder bei der pause einlegen zum aufnehmen denk ich wir können ja danach hier schluss machen ja quatsch nicht deswegen klar mach das auch man muss auch weiter kommen ja ich bin in den Büchern mit dem 9 und dort wird noch machen auch mit der von um vom Kratzen so viel Blödsinn wenn irgendwo blaue Wolle bei blaue Wolle hast du dabei saßt hat schon viel blaue Wolle die hast du doch noch vom Naja ich kann einfach hier noch meinen wüsste ich weiß gut 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 vielleicht mal Holzschaufeln wofür für Clay ja ich würde ja am liebsten würde ich dir eine Stein schaufeln dann ja ich muss schon dafür abbauen geht auch nicht so schnell kaputt ja stimmt schon ja ich tue erstmal Holz aus wie lang es dauert aber ich wie angreif' nicht gemein da ist die Schaufel ähm den da muss man ja rein da muss man ja rein ich weiß mich gar nicht mehr Clay? wo man kann gewesen Frage ich meine jetzt schon Ton heiß ja da das muss ja irgendwie gewesen sein Sand noch mehr Sand noch mehr Sand noch mehr Sand noch mehr Sand Sand ja läuft Pavel Pavel Au dufe Schwimme bis dort dann ich werde wissen wo die ist ist irgendwo im Bar gerade du hörst du Hopfenlocher Zeit ich finde es einfach so geil hast du eine Katze zu haben die werden sie auch einfach ruiniert ja macht keine Absicht ich schwöre ist das super awesome was ist das denn Harder Clay geht das auch? ne sag mir gerade nix roter Clay harter Clay ne doch nicht suche einen Geilhut Dalekate ach das ist ein ah aus ähm ah wie heißt die Serie mit der Zeitmaschine und so weiter ja weißt du welche Meinung ne Doktor 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 Who ja genau sonst nicht? Doktor Who? ja doch Doktor Wer? wer findet Doktor? Doktor Who tatsächlich? nein weiß ich jetzt gerade echt nicht ich habe einen Geon gefunden wo überall Clay wächst eine normale Bodenmasse ok ok das ist das cool markiere ich mir auf jeden Fall Clay die Caps noch nicht natürlich Captain Caps ähm ich bräuchte in der Platze im Moment mal ich schmeiße 2x6 Bambus ich bräuchte eh nicht oh hm also ich bräuchte auf jeden Fall noch einen Silberfisch oder so ziemlich geil ich weiß gar nicht was denn so ein Silberfisch toll ist der kann unter Haftfeld runterlaufen kannst du sonst den Eingang bauen und mit Haftfeld durchlaufen und dann hau es und kann nachher nicht folgen ok das ist vielleicht wirklich ziemlich außer und wenn er irgendwie flüchten will ist das ist auch ziemlich geil dann sieht einfach keiner hier wenn die Leute sich fragen was das hier für ein Busch ist den ich hier hab das ist ein ähm ein XP-Busch ein Busch aus Tinker's Country da hab ich dir ne Erklärung dazu gibt's mal irgendwann in Feed the Beast oder gab's bei mir in den Feed the Beast Videos könnt ihr hier mal reingucken so undezente Werbung und so ja ja undezent ah es hat äh oft geht's regnen oh ich mag Creeper grad hier im Claygebiet ich mach alles kaputt und nicht den ganzen Clay dafür ah es ist ziemlich awesome zumindest das wo ist irgendeinem Brot noch äh Fleisch bei äh Dingsfleisch zum Milchfleisch also schmeiß ich weg also zum Milchfleisch behalte ich und ich hab einen Strohhut das ist ein Ruffy Monkey D. Ruffy Monkey D. Ruffy Monkey D. Ruffy was ist das für ein Boden? Oranger Clay ok ich kenn diese Gegend gar nicht wenn ich ehrlich bin Endermann böse warum ärgere mich als jetzt Endermänner ich vergert mich ok tot ich prob' noch kackzieren wenn der kackzieren fünft bringe welche mit ja die wachsen ja nur in der Wüste und ich hab noch keine Wüste selber gefunden ja ich auch nicht und die gibt's hätte sie ein bisschen voll traurig du hast nen Timer wieder oder hast du keinen Timer? doch doch Audacity ich mach immer nur eine Aufnahme in Audacity achso ja und ich auch so das werde ich dann halt raus dann kann ich immer ungefähr sehen wieviel wir schon haben hier ist ein Haus das ist gut oder schlecht ein Haus oh hier ist ne Witch drin mit auch nen Namen so hat das irgendwie nicht angefangen worden im Chat verstehe ich nicht und hier drin war ein gehochter Fisch hat sich voll gelohnt Katze dein Ernst hier ist ein Haus mit einer Witch mit ihrem eigenen Namen und die riech' einfach mal als Mob so kann, oder? alter Schwede also hat jemand gemäuschelt das ist schon ja ich bringe mich um Panda Head yeah Panda Head geil trotzdem muss doch nicht sein Flair Mouse hier unten ja wenn man jetzt eine hat dann findet man viele, ne? naja man kann es eigentlich einfangen oder verkaufen an jemanden am Anfang des Spiels noch ja das stimmt das könnte man was hat denn ne Safari Netze naja machen wir nicht beides das Problem das würde ich dann machen hier ist so viel Clay hier ist so viel Clay ich hab noch ganz viel Clay mit jetzt grade meinst du ja so des Lebens hast du Gunpowder ganz viel? wahrscheinlich nicht oder? ne ganz viel nicht zwei, drei Sachen ach so ich auch noch aber ich bräuchte auch ich bräuchte auch den Gunpowder auf jeden Fall ich bräuchte auch den Gunpowder auf jeden Fall ich bräuchte auch 14 Gunpowder auf eine Pistole also zumindest ja ich weiß gar nicht wie man eine Pistole baut aber kann man sich wahrscheinlich unten den du brauchst du extra Crafting-Tel und den brauchst du so aus grünem Stoff da brauchst du dann so kratzieren für ach so also coolen Stoff war schon eine coole Farbe halt schon klar denk ich naja das war ich bräuchte mal eine Schaufel auf jeden Fall Cactus Green halt ne? ja genau ja genau ja genau die Green war es dann einfach nicht reicht ja schon so viel Clay einfach nur wie hier bleibe ich stehen hier ist schön Clay 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 so viel Clay Au ja ist schön macht Spaß ein bisschen abzubauen im Wasser aber so nervig weil es ewig dauert einfach abzubauen mhm oh kaputt meine Schaufel eine neue ähm ich war Keller gewesen hat ein Crafting-Tel stehen lassen irgendwo aber wenn du ein paar Planks hast dann sollte das ja kein Problem sein naja ich weiß noch ein Stein so dann will ich mich wieder zurück verwandeln in Gorobai yeah ich schwöre Gorobai transformieren so ähm ähm toll äh die Planks sind irgendwie pink bei mir dann ist das äh Dingswort wie heißt das? weiß nicht war wieder pink? Eukalyptus ja kann sein ne doch Eukalyptus stimmt passt doch gibt's auch ein Ftb Ftb Junge Ftb Alter Schleichwerbung es ist ja keine Schleichwerbung machen ja noch andere ja und das muss ich sagen also hier sind ja insgesamt 106 glaub ich 106 Mops 106 Mops sind glaub ich hier und bei Feed the Beast an dich zumindest sind äh 160 ach da also da runkelt das wirklich ab und zu ja hier doch auch für dich aber das Server hat eine gute Leistung hier viel zu viel oh danke Creeper wird von dir ja nochmal danke ja schade hab ich gekehlt vorher hast du jetzt Gumporder von dir? ne oh ein Zombiekopf den bräuchte aber nicht für die Hüte besser als von die Gewichter weil wir jetzt blöd haben ne hier hat sich bei uns einer hat also bei uns auf der Ecke hier hat einer ein Zombiekopf hingehängt achso ja hab ich schon gesehen schon mal war das glaub ich gewesen musst du eigentlich was kann sein ich hab jetzt schon 4 Stacks was ist guter 4 Stacks was? hast du schon ziemlich ziemlich gut ist auch extrem viel Clay einfach und ich klebe auch für hier alles kurz hin dann hab ich aus einem Block spawn ja meistens 3-4 Clays hm das war es jetzt mit dem Stein oder was? ähm keine Steine mehr ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wie viel Cobblestone hast du? äh E2 auf jeden Fall warum ach ich brauch nämlich Cobblestone ich brauch nämlich Cobblestone aber du hast nicht irgendwie eine Kiste oder so hier doch doch meine Haut und da ist Cobblestone drin? ja meinst du den darf ich mir klauen? ja ja na klar aber nicht alles bisschen brauch ich auch noch bist du der Creeper hier mit dem Kopf Tuch hätte ich bei mir gesagt war zu spät und du warst es nicht nee nee ich bin noch leer warte mal warte mal ist da ein Schild an deinem Haus? nee also sonst hätte ich dich ja jetzt auch gefragt nee also du hast 1,2,3,4,5,6 Stacks wir haben die 4 oder so 2 reicht ich brauch ja nicht wirklich wenn ich den Hausbau möchte auch halbweißer erstmal dann bräuchte ich das vielleicht ja ich hab kein Platz ich mach halt diese Muscheln weg wenn man bringt ah Muskel? was ist ein Muskel? das ist eine Muschel? ne ne das ist Fleisch das kannst du essen wollte weg ich noch nicht zu spät ein Gongschild bräuch ich auch nicht ich habe eine Kleine mit mir ich steig jetzt viel viel schneller als ein Holz auf jeden Fall sag ich dir doch tausendmal schneller im nächsten brauche ich einen Enchartmentsburg mit Stärke 1? äh ja why not ich hätte auch einen Enchartmentsburg mit einem Level theoretisch irgendwie platzt in meinem Inventar weißt du nicht weil das ne ja du kriegst doch Schaden 1 plus dann oder nicht? naja das ist awesome kannst du aber auch einfach ein Buch nehmen oder ein Buch nehmen und dann in den Table reinpacken in den Charmin Table und dann ein Level Opfer da hast du auch meist eine Stärke drin ja deswegen ja ich habe einfach nicht Level deswegen hm leider wäre eigentlich genug ich weiß nicht brauche ich die Horse Rüstung? die Pferderüstung? die Pferder Rüstung die Pferderüstung? was für eine Pferderüstung was hab ich ihn nicht du hast ja einen Drachen ne? oder nicht? hast du da nicht ein Drachen Ei ja dann würde ich das vielleicht behalten vielleicht ist das ähm Vielleicht wirkt das da auch, ja, keine Ahnung. Ich darf so ein Blachenreiten werfen, finde ich lässig, muss ich gerade zugeben. Kenne ich mich nur nicht mit aus, deswegen kann ich dir da nicht so viel helfen. Mach schon okay. Ich habe auch keine Ahnung von allem, also, das ist schon. Learning by doing. Entweder das oder... Learning by... Sterling by doing. Ich bin mal nach Hause. Ich bin mal nach Hause. Ist eine gute Idee. Vielleicht fehlt da mal eine Wüste oder sowas zwischendurch. Ich brauche doch langsam neue Steaks, beziehungsweise generell Essen. Denke dazu auch. Hast du Essen? Ich habe noch Essen, ja. Und auch in den Steaks manches? Äh, nö. Ja, brauche ich gelangt auf irgendwas, oder? Wie bitte? Ich brauche es gelangt auf irgendwas in der Richtung. Ja, ich wollte mir ein Feld machen. Ich habe ja Kartoffeln und Karotten. Ich habe ganz viel Weizen gerade gefunden. Also diese Holballen. Aber du hast auch Barley, oder nicht? Auch, ja. Oder habe ich noch? Ja, habe ich auch noch. Barley kannst du ja... Ich habe ja 30 Holballen und die jeweils 9 Weizen wert. Ja, dann hast du da ja genug Futter, oder nicht? Ja, danke. Ja, ich würde es ja auch anbauen, nicht immer. Zehrosen. Ja, die Hosen sind echt schön geworden teilweise. aber das echte bambus natürlich auch gerne ich bin ich da man ja auch das ist cool kein fall schaden obwohl fledermaus bisschen op ist na gut kann ja sein dass das die fledermaus gesperrt wird fürs team halt na ja oder halt bei den toten geht es ja auch na naja bei 25 toten gibt es doch schon eine bestrafung team abhängig die haben wir bald ja keine ahnung wie viele wir jetzt gerade haben aber wir haben schon relativ viele im vergleich zum anderen team ich habe auch ein und das blauer trocken die blauer keine ahnung ja aber nicht schlecht auch mal auskaufen und rechts immer blöcke sagt man auch nicht das sind alles und was ich wahrscheinlich nicht kennen ich bräuchte natürlich auch noch einiges an sand dann würde ich es gerne ein bisschen mit glas verkleiden doch dann bist du ich bin mal im haus ein rosetta ist gar nicht gefragt wo ich bin sondern was bist du ja was bist du ein rotes hula ich bekommen echt ja auch ganz cool vielleicht zu hause konzentrieren was das beste hat immer fähigkeiten was kann der denn schönes ach so kein teil schaden ja gut ist doch klar keine wüste dagegen das versteckt dich du willst nicht nur eine fahne mehr nehmen oh was ist das denn hier ist ein drache heißen töten du wie bitte wie ist ein drache einfach heißen töten einfach oder wie weiß ich doch nicht bewegt dich nicht dann lass es doch ja ich will den haben vielleicht kann ich es nicht kriegen nee den musst du ausbringen ist es vielleicht ein drache von dem anderen weißt du bist du in der safe zone nee noch nicht war kurz vor der safe zone was war da irgendwo ein name dran oder eine farbe oder so nee gar nicht war da rot ich sterb gerade ich war eigentlich noch mal drin aber ist ok toll wo bin ich jetzt gestorben kann ich nicht schon tropfen und wo bist du gespawnd ich sterbe schon wieder soviel zum thema dass du nur einen tod hast ich bin gerade nur gestorben aber ich habe keine ahnung warum er war nichts er war gestorben das schlachsinn gerade toll wir werden auch drauf finden ich werde bestimmt auch ein strike sein mit dem drach ich denke mal schon weiß nicht ich weiß das nicht er war nicht in der grauen zone drinnen er war im wald ich weiß es nicht aber die Sachen sind weg toll ich bin gestorben bitte keine ahnung ist er als roter punkt gekennzeichnet gekennzeichnet ich? ja ach ich werde es mal anders ich bin gerade so auch ah ok ich habe keine ahnung ich bin mal komisch ich bin mal komisch ich bin mal komisch das ist auch nicht aber wenn er nicht im haus also in keinem haus war und keine flagge dran war hätte ich bei ihm gesagt ne schneiden wir uns auch einfach rum mit dem drachen so ein voller drachen roter ich weiß das nicht aber du kannst dich auch nicht zu dem verwandeln ne keine ahnung bei ihr schlachten wie lange haben wir noch? äh warte äh 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 20 sind rum ok dann ist jetzt super genug äh ich weiß das nicht aber das mit dem drachen ist echt ziemlich komisch ja wo bin ich gestorben oder irgendwie ich habe kein essen mehr weißt du dass ich da bin mir meine Sporn nicht tot ich sponste sonst wo einfach äh hast du kein bett gehabt? ne ok das habe ich ja zum beispiel nicht drin geschlafen seit der letzten aufnahmes helfen deswegen du musst ja nicht schlafen du musst dich nur reinlegen ja habe ich ja nicht mehr gemacht seit der letzten aufnahmes jetzt schon vor drei folgen halt jetzt kann ich lange fliegen toll noch schwer fliegen und wieder rennenfliegen ne das geht glaube ich nicht ja vielleicht wird hier in der wüsten unterwegs ist eigentlich nur gerade aus oder? ja fast so ungefähr wenn ich jetzt nur ein schaf hätte oder sowas das wäre richtig nervig der flairboard vizermink ist noch weiß da war ein schaf sich alles durchlaufen jetzt das würde ich gar nicht hinkriegen du kannst es vergessen ich brauche halt noch wenn du jetzt einen guten Hut sehen würdest würde ich mich richtig ärgern ich habe mich nicht zuhört mit der wohnung des hauses das habe ich auch vergessen naja kann ich in deinem Bett schlafen? bestimmt irgendwie aber ob du es darfst? nein warum nicht? weil es meins ist warum nicht? mein Haus mein Haus und das bleibt so wie es ist aber wenn die ganze hübsche Frau dein Namen will muss ich in dein Haus gehen in dein Bett in mir kein Bett große Orgie machen sagst du? iiii pukake iiii das hast du jetzt gar nicht gesagt das können wir unseren Zuschauern nicht anbieten warum nicht? nein das geht nicht nein das geht nicht hallo fliegende Insel wie gehts dir so? dir gehts gut danke kein sapling gedroppt das ist natürlich scheiße du warst hohe borden oder? ne gerade ich bin natürlich immer noch nicht zuhause ich bin ja gestorben damals gestorben waren hab ich nicht hab ich nicht nein hab ich nicht du dir dir noch ein nahrung übrigens reicht auch halbes nahrung ich habe mal gleich wieder bis ich ankommen bin hat sich Hunger sterben eigentlich schon oder? an Hunger kannst du nicht sterben ok nicht mehr du kannst dann nur nicht mehr rennen naja jetzt wirds Nacht ganz ehrlich du bist sowieso als Fledermaus unterwegs da ist das doch egal ich hab schon mal abbauen eng dran das war netter da war netter und auch sie ist gespawnt tschüssi, erstmal Snickers, ich weiß auch nicht was hier an dem Modpack halt selten ist so weiß nicht sachenmäßig es ist ein haus aber ohne beschriftung was ist das für ein haus ich glaube ich bin lieber nicht rein so wo unser haus gewesen da, oh sie ist heim, da geh ich hin hab Heimweh Heim, Heim, hast du deinen Grabstein gefunden gehabt? ja alles wieder beziehungsweise fast alles wieder alles abhielt erscheinbar das war super hier ist eine riesige Holztreppe, was ist denn hier los? ich hab nie gebaut nee ich habe keine Holztreppen gebaut so viel so viel Holz habe ich jetzt auch noch nicht gefunden meine ich ja wie lange noch? nicht mehr so lange ist dein Haus? was? dein Haus? wo bist du denn? ich weiß nicht ich bin, ah bist du die Flieger raus? ja klar ja das ist mein Haus meine Hood wo war mein Haus gewesen? da oben drinnen war so eine Höhle ich weiß gar nicht wie sieht mein Haus dann von außen aus wie findest du das? ist ja ok aber das ist ja nicht viel dann ist ja Holz und ein paar Steine ja so viel kann man auch noch nicht machen ich weiß nur diese kleine Höhle hier mit Bambus und so ja das war ja deine ja ja aber es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus was ich hier gemacht habe ich mag mein Fußbogen kein Schild dran kann ich rein ähm ok so viele items hab ich hab jetzt 10 Stacks Clay 10 Stacks Clay ja ich hab keine Rüstung eine Rüstung unterwegs das ärgerlich das kann man nicht ändern so ich verwandle mich einmal zurück mach dann nochmal ein kleines Schild mach das mach mal kurz einen Brustpanzer neuen und einen neuen Helm schon mal verloren scheinbar jetzt hab ich ich brauch wieder neue Dias ich hab kein Schwert mehr fast ähm und Nahrung brauch ich auch dringend mal schauen mal schauen ich mag ja eigentlich diesen Safari Ball einfach auf der Akku oder muss die irgendwo hin passieren oder mit dem Safari Ball äh rechtsklick drauf dann verschwindet der Mob ist drin ach so einfach aufziehen rechtsklick ja ist ja einfach kann ja nicht viel falsch machen oder also eh schon aber nein kannst du eigentlich nicht viel falsch machen ok so gut äh die Folge würde ich jetzt sagen beenden wir jetzt hier einfach mal ja auf jeden Fall das ist schon lange noch würde ich sagen ich finde das sollte reichen ah ich hab mein Haus so ein bisschen gebaut das passt also äh vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin bis dahin ciao